Hey, du musst den Entzug endlich machen. Oh, ne Quag. Du scheißt es. Das klang so schwul. Aber nicht alleine. Als wenn er mir der Krüger nachstecken wollte. New Challenger has arrived. Zeig ein. Ich müsste dir jetzt voll in den Schwanz hauen, damit das auch passt, ey. Du musst nicht mehr zuschauen. Was? 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 Ich fühle mich gerade selber nicht mehr rum. Oh Mann, ich bin so in meiner Rolle drin. Boah, was ist denn jetzt schon? Na, nein. Nein! 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 Na! Jetzt. Jetzt. Da hat er es fast. Da hat er es fast durch. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! 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 Wenn ich das heute für den Edelte so angucke, die ganze Zeit, da muss man halt bara lachen. Ich denke aber, wenn ich dich bei FIFA mal fit habe, dann ist er immer ein Sprung. Nein! Nein! Fuck! Die Scheiße hier! Oh, ich kann nicht schätzen. Ich bin kein Sprung. 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 Warte mal, das ist gerade jemand so schlecht. Was ist denn? Warum darf ich mir hier keinen Runde holen? Ich würde ja nicht so gut mit tun. Was? Du willst mir so gut mit tun? Ja! Was? Was? Das ist ein Snowchecks? Was? Das ist ein Snowchecks. Was? Guten Morgen! Hey! Scheiße! Hey! 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 Yo! Hey! 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 Dafür könnt ihr euch einfach umdrehen oder sowas. Das geht einfach nie. Ich hab da kein... Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Setz dich noch mehr. Ich will das noch mal machen. Ey Leute! Also, wir haben das neue Pläne.